da geht's bei Let's Play f1 2012 gegen in Kanada in Kanada glaube ich was zuletzt dann fahren wir jetzt in Kanada das Rennen und ich hoffe es regnet nicht weil Regen könnten wir gar nicht gebrauchen aber naja wissen kann man sind also Spannung steigt es regnet wäre es 16 oder besser wieviel Prozent ich hoffe kein 100 toll mit Intermediates naja wenn er meint wenn er meint wir sind 18 davor uns ein Williams und zwei Mercedes und zwar Senna, Rosberg und Schumacher hinter uns und da kann man die 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 Aber ich sehe auch überhaupt nichts... Ich kann mal hier reinstechen... Es gibt nichts drauf, ne? Ja... Ich muss mir angewöhnen... angewöhnen vorsichtiger zu fahren... Naja... Aber einerseits brauchen wir auch die Aggressivität... für die Punkte! Genau! Was?! Wenn du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben! Aha! Also, verstehe! Durchfahrtstrafe wegen unsportlichen Verhalten! Dagegen können wir nichts machen! Ne, das lasse ich mir nicht bieten! Er ist in mir reingefahren! Und ich krieg ne Durchfahrtsstrafe dafür! Pfff! Das fängt ja schon mal gut an! Nochmal! Starkphase! Sind gut weggekommen! Du, Macher! Aber wir sehen schon wieder nichts durch die ganze Gischt! Pfff! Neunter! Pfff! Woah! Da bleibt der reimer stehen! Da bleibt der reimer stehen! So, Hamilton jetzt vor uns. Hu 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 hu. Masse. Ich bin schon auf 7 vor gefahren. Das lässt sich sehen. Warum? Sag's mir. Warum? Ja, okay. Das ist ja auch schon. Aber, was ist das? Du? 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 Bei der Regen ist es wirklich so eine Vorwärtsstrecke. Besonders jetzt! Wir müssen mal besser als unser Teamkollege sein. Noch zwei Runden jetzt. ZWEI Runden jetzt. Okay, komm an die Box! Komm an die Box! Sein Frontflügel verliert mir doch nicht so leicht! Das Rennen ist schon wieder gelaufen! Bravo! Aber wenigstens gibt es gleich neue Reifen. Neuer! Los jetzt! Denk beim Rausfahren an die weite Linie, sonst kriegst du eine Strafe! Die Strecke 2, Strecke 2! Es sind keine Stops mehr geplant! Pass auf deine Reifen auf! Ganz toll! So ziemlich alle klagen über die Streckenverhältnisse! Bleib voll konzentriert! Abfall! Ja! Drs ist jetzt wegen der Regenreifen W-Akt-DW! Ganz toll! Zwischen dir und deinem Vordermann liegen noch 4 Sekunden! Ja ist schon gut! Von mir aus! Sonst noch ein Wunsch. Hier treibt es mich schon wieder weit raus. Aber ich bin näher. Ich bin näher. Ich wollte schon sagen, ich werde es einfach mal meiden. Naja, Lela Rosa ist bei uns. Ist klar. Ist klar. Naja, es hilft nichts. Es ist ein Letzter. Du hast den Frontflügel verloren. Bring das Auto irgendwie zurück an die Box. Dann bekommst du eine neue Nase. Das ist unvorbar. Das ist die Strecke. Denk an deinen Boxenstopp. Ja, schön für dich. Die Lücke beträgt 20 Sekunden. Schön für dich. Freu dich. Reisenschaden. Reisenschaden vorne links. Boxenstopp. Boxenstopp. 20 Sekunden. Das hole ich nie wieder auf. Deine Rundenzeiten sehen nicht gut aus. Und ich habe, ich beschließe jetzt auch was. Denn, das ist unfahrbar, das ist das Spiel. Alter, diese Trendstrecke. Wir ziehen uns hier zurück. Und dann sage ich Bis zum nächsten Mal. Wir bleiben einfach in der Box drin. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Dann, glaube ich, im England. Also, bis zum nächsten Mal. Oh ja. Keine Party.